Moin und willkommen zu einem neuen Video auf dem SmartLights YouTube Kanal. Ich bin Jonas und in diesem Video möchte ich mal keine Produktvorstellung zeigen, sondern eine neue Funktion aus der Philips Hue App. Einige von euch dürften es sicherlich schon gesehen haben, es geht um natürliches Licht. Mit natürlichem Licht möchte Philips Hue es euch erleichtern, dass die Lampen automatisch die Farbtemperatur von morgens bis abends automatisch anpassen. Also sie sind morgens mit kühlerem Licht unterwegs und zum Abend hin wird das Licht dann immer wärmer. Und das funktioniert wie gesagt also automatisch mit einer neuen Szene, die ihr in der Philips Hue App aktivieren könnt. Das ganze zeige ich euch auch gleich mal, wie das dann aufgebaut ist. Also ihr müsst in eure Hue App reingehen, öffnet euren Raum oder die Zone, wo ihr verschiedene Lappen aktiviert habt. Und dann habt ihr auf der rechten Seite in der Hue Lichtzähnengalerie. Ihr müsst also je nachdem wie viele Szenen ihr schon drin habt in eurer App nach rechts scrollen und die Hue Lichtzähne aktivieren. Und dort seht ihr oben links in der Ecke, zumindest ist es bei mir jetzt hier aktuell der Fall, 24 Stunden natürliches Licht. Und diese Szene könnt ihr dann ganz einfach aktivieren, wenn ihr drauf geht. Voraussetzung ist, dass ihr mindestens ein White Ambience Produkt habt von Philips Hue, beziehungsweise ein farbiges Leuchtmittel. Denn dieses kann ja auch verschiedene Weiß Töne darstellen. Und das heißt, dass euer Leuchtmittel sowieso schon verschiedene Weißtöne wiedergeben kann. Denn ein Weißleuchtmittel ist ja von vornherein schon etwas eingeschränkt, kann nur eine Fahrttübertur wiedergeben. Und dort funktioniert das Ganze natürlich dann nicht. Hier seht ihr jetzt, wie natürlich das Licht aufgebaut ist. Ihr habt jetzt links 7 Uhr, 10 Uhr, 16 Uhr, 20 Uhr und 22 Uhr. So ist das Ganze ein bisschen eingezahlt in dem Tagesablauf. Und ihr könnt jetzt sagen, ich möchte das Ganze schon mal einmal demonstriert haben. Wenn ich hier auf den Play-Button gehe, seht ihr, was passiert bei mir im Hintergrund. Hier habt ihr außen zwei Gradient-Sign. Hier habe ich hier eine Play-Light-Bar und hinterm Fernseher, also hier hinter mir, habe ich einen Gradient-Light-Strip installiert, die in diesem Raum hier eingebunden sind. Und so ist das Ganze schon aufgebaut. Also morgen starte ich mit, ja, ich glaube, konzentrieren. Und dann geht es mit der nächsten Szene immer weiter. Und ihr habt verschiedene Zeitabschnitte, wo dann die verschiedenen Szenen aktiviert werden. Unten geht ihr auf meine Szenen hinzufügen. Und dann zeige ich das Ganze nochmal genauer hier. Also von 7 bis 10 Uhr soll die Szene Energietanken geladen werden. Von 10 bis 16 Uhr kommt konzentrieren. Von 16 bis 20 Uhr lesen. Von 20 bis 22 Uhr über die Szene entspannen. Von 22 bis 0 kommt die Ruhephase. Und von 0 bis 7 Uhr ist das Licht dann ausgeschaltet. Und geht dann bis 7 Uhr wieder automatisch los, dass ihr morgens dann direkt mit Kühler und Licht startet, um Energie zu tanken, um wach zu werden. Und zum Abend hin wird das dann automatisch über die App gesteuert, dass das Licht immer wärmer wird. Denn abends nutzt man in der Regel ja Wärmwürstlicht, um ein bisschen runterzukommen. Um eventuell in den Film zu gucken, bevor man dann endgültig auch dann ins Bett geht. Man kann das Ganze auch noch selber anpassen. Man könnte jetzt sagen, hier die Startzeit 7 Uhr. Ja, 7 Uhr stehe ich gar nicht auf. Ich stehe schon um 6 Uhr auf. Also muss das Ganze schon um 6 Uhr losgehen. Und könnte dann hier auch sagen, bis 10 Uhr. Jetzt gerade nicht anpassbar, weil die andere Szene ja bei 10 Uhr startet. Dann müsste diese also etwas nach unten setzen von der Zeit her. Und dann würde die Zeit hier automatisch angepasst werden. Ich kann auch hier jetzt auch sagen, ich möchte jetzt hier nicht Energietanken haben, sondern hell. Also das Ganze umdrehen. Könnt ihr jetzt hier spaßteilbar auch die Szene hell einfügen. Und dann würde das dann Ganze so aussehen. Also von 6 bis 10 Uhr kommt hell. Dann kommt konzentrieren und so weiter. Bis ihr wieder abends bei der Ruhephase angekommen seid. Jetzt gerade sind wir ja nach 16 Uhr. Also von 16 bis 22 Uhr. Ihr seht es hier oben in der Zeit, die hier umeingeblendet ist. 16 Uhr 21 Uhr. Bedeutet von 16 bis 20 Uhr wird die Szene erlesen aktiviert. Also so ein etwas wärmeres Licht bei mir im Hintergrund. Und das Ganze könnte ich jetzt auch noch sagen, ich passe das an und mache jetzt hier. Ja, ich möchte es gar nicht haben. Ich möchte jetzt hier Nachtlicht haben. Und ihr seht, es ist relativ dunkel. Man sieht eigentlich gar nichts, weil es so dunkel ist. Und ich mache jetzt hier noch was anderes rein. Ich mache gedimmt. Und jetzt habe ich von 16 bis 20 Uhr die Szene gedimmt. Und so sieht das Ganze dann aus. Wenn ich jetzt auf Speichern gehe, seht ihr erst, dass es dann noch umgesetzt wird direkt. Und die U-App weiß jetzt, ich bin in dem Bereich 16 bis 20 Uhr. Und die Szene gedimmt wird automatisch aktiviert. Wie gesagt, lässt sich aktuell noch nicht auf einen Schalter legen. Das ist nicht so schön, der Ganze. Denn wenn ihr die Szene ausgeschaltet habt und nach Hause kommt und die Szene dann weiterführen möchtet, lässt sich das aktuell noch nicht über einen Schalter machen oder über einen Bewegungsmailer oder Sprachstörungen. Ihr müsst also immer erst die Philips Hue App öffnen und die Szene manuell noch mal aktivieren, damit das Ganze dann automatisch weiterläuft. Aber ich denke, Philips Hue wird dort auf jeden Fall in Zukunft nochmal was basteln, dass das Ganze funktioniert, dass ihr auch die Szene dann weiterführen könnt. Denn wie gesagt, die Lampe müsste ja theoretisch komplett immer am Strom an sein. Man kann es auch nicht ausschalten, die manuell über einen Schalter. Und dann wird ja die Szene den ganzen Tag aktiviert, auch wenn ihr zu Hause seid oder nicht. Dann muss natürlich jeder für sich selber wissen, ob man die Szene dann wirklich 24 Stunden durchlaufen lässt oder wenn man nach Hause kommt abends oder nachmitteln sagt, man möchte das Licht jetzt ganz normal so weiterführen, wie man es halt eingestellt hat über die natürliche Lichtszene, dass man das dann manuell einmal über einen Schalter, wenn es dann einfach möglich ist, wieder aktiviert und man lässt die Lampe komplett 24 Stunden eingeschaltet. Das muss halt, wie gesagt, jeder für sich selber wissen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick dazu geben, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich mache hier nochmal eine andere Szene rein, mit sich ganz so doll blendend im Hintergrund. Entspannen zum Beispiel, ja, so ist besser. Falls ihr Fragen dazu habt, so natürliches Licht, die Szene. Falls ihr was von mir wissen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick dazu geben, wie das alles aufgebaut ist. Wie gesagt, das Ganze findet sich am Anfang. Ich denke mal, in ein bis zwei Monaten wird das Ganze noch individuell anpassbarer sein, dass man noch selber noch verschiedene Sachen einfügen kann. Aber vom Grundprinzip her ist das schon eine ganz coole Sache, dass man sagen kann, okay, morgens mit kühlerem Licht starten und zum Abend hin immer wärmer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert auch gerne den Kanal. Wie gesagt, wenn Fragen sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Schaltet auf jeden Fall auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn es heißt, Malte und Jonas stellen euch das Neueste aus der smarten Beleuchtung vor. Vielen Dank und macht's gut. Vielen Dank.